In diesem Tutorial werden wir uns die Ableitung der natürlichen Exponentialfunktion, auch E-Funktion genannt, anschauen, sowie die Ableitung der allgemeinen Exponentialfunktion. Als erstes eine sehr wichtige Information, und zwar Exponentialfunktionen sind immer verkettet. Wir fangen jetzt mit einer E-Funktion an und wenn sie verkettet ist, dann muss sie natürlich eine innere und eine äußere Funktion besitzen. Also, das bedeutet, wir können hier an dieser Stelle die innere sehr einfach erkennen. Das ist einfach der Exponent oder die Hochzahl von E, das wäre die innere Funktion. Und die äußere Funktion ist eigentlich die E-Funktion mit alles drum und dran, was dran hängt. Also die 2 hier, die vorne steht mit mal, de facto gehört auch zu der äußeren Funktion. Wenn sie verkettet ist, dann ist sie natürlich mit der Kettenregel ableitbar. Zur Erinnerung, hier rechts, die Kettenregel, also wir haben eine verkehrte Funktion, u von v von x, und die Kettenregel besagt, wir leiten zuerst die äußere Funktion ab und dann mal die innere Funktion abgeleitet. Allerdings ist es bei der E-Funktion ein bisschen einfacher und deshalb habe ich die Regel minimal umgeschrieben. Wir merken den Unterschied, die äußere Funktion wird gar nicht abgeleitet, sondern nur abgeschrieben. Das macht es natürlich für uns noch einfacher. Also wenn wir diese Funktion jetzt hier ableiten möchten, das Erste, was wir machen sollten, ist die E-Funktion komplett abzuschreiben. Also wir ändern gar nichts. Und damit ist eigentlich schon dieser Teil hier, u von v von x, erledigt. Jetzt kommt mal die innere Ableitung. Gut, die innere Funktion ist 4x minus 3. 4x minus 3 abgeleitet sind natürlich 4. Und damit sind wir schon fertig. Gegebenenfalls noch ein bisschen zusammenfassen. 2 mal 4 sind 8, also haben wir 8 mal e hoch 4x minus 3. Und das war die Ableitung der natürlichen Exponentialfunktion. Die allgemeine Exponentialfunktion ist natürlich ebenfalls verkettet. Ich habe hier unten eine allgemeine Exponentialfunktion. Die besprechen wir ein bisschen später. Diese allgemeine Exponentialfunktion ist nicht direkt ableitbar, sondern man muss sie zuerst in eine natürliche Exponentialfunktion umformen. Und dann kann man sie ganz normal ableiten. Das schauen wir uns dann gleich auch an. Als erstes schauen wir uns aber noch ein paar Aufgaben zu den natürlichen Exponentialfunktionen an. Der Klassiker e hoch x, und jeder sollte sich noch daran erinnern, e hoch x abgeleitet ist e hoch x. Die Frage ist, wieso? Eigentlich haben wir die Frage schon vorher beantwortet. Und zwar, wir erinnern uns an die Regel, was wir vorher besprochen haben. Wir schreiben die e-Funktion zuerst ab und dann kommt mal die innere Ableitung. Die innere Ableitung, also die Ableitung von x in diesem Fall, ist natürlich 1. Aus diesem Grund bleibt e hoch x abgeleitet, immer e hoch x. Und das trifft nicht nur für e hoch x auf, sondern für alle Exponentialfunktionen, deren inneren Ableitung 1 ist. Ein weiteres Beispiel, das ist ganz normal, wir wenden die gleiche Regel an. Also wir schreiben wieder alles ab. Das war die äußere Geschichte. Und jetzt die innere Ableitung, 3x minus 2 abgeleitet sind ja 3. Das Einzige, was man hier noch ein bisschen zusammenfassen kann, sind hier die 3er, also man kann sie besser gesagt kürzen. Und dann bleibt ja nur noch 4 mal e hoch 3x minus 2. Ein bisschen mieser geht es auch. Ich habe hier eine zusammengesetzte Funktion und natürlich müssen wir hier an dieser Stelle jeder Term einzeln ableiten. Bevor wir damit loslegen, allerdings will ich kurz Wasser in Erinnerung bringen. e selbst, die eulische Zahl, kann nicht nur im Zusammenhang mit Exponentialfunktionen auftauchen, so wie hier, sondern man kann es auch als Zahl betrachten. Wir erinnern uns, genauso wie Pi ist e auch eine mathematische Konstante, circa 2,71, natürlich noch ein paar Stellen nach dem Komma. Und das bedeutet, wenn es nicht als Exponentialfunktion auftaucht, muss man es wie eine Zahl behandeln. Also, wenn wir jetzt diese Funktion hier ableiten möchten. Der erste Term ist eine Exponentialfunktion. Deshalb, gleiche Geschichte wie vorher. Wir schreiben zuerst die Funktion ab, 2e hoch x plus 3 und dann kommt mal die innere Ableitung. Die innere Ableitung ist in diesem Fall 1. x plus 3 abgeleitet sind 1. Dann, der nächste Term, das ist ja kein Versehen oder Schreibfehler, sondern da steht e mal x hoch 2. Das ist natürlich eine Potenzfunktion. Deshalb wenden wir die Potenzregel an. Also, die Hochzahl, die 2, kommt nach vorne. Und die neue Hochzahl von x ist hoch 1. Aber die kann man noch hinschreiben, muss man aber nicht. Und der letzte Term, da steht einfach plus e. Also, alleinstehende Zahlen verschwinden beim Ableiten. Das müsste man noch wissen. Zusammengefasst sieht das Ganze dann so aus. 2e hoch x plus 3, also unsere erste Funktion hat sich gar nicht verändert. Minus 2e x. Also, aufpassen mit dem e. Es muss nicht immer im Zusammenhang mit einer Exponentialfunktion vorkommen. Wir haben bereits gesehen, eine natürliche Exponentialfunktion oder eine e-Funktion abzuleiten, ist meistens sehr einfach. Jetzt gehen wir als nächstes zu der allgemeinen Exponentialfunktion. Ich habe bereits am Anfang verraten, dass diese Art von Funktionen nicht direkt ableitbar sind, sondern man muss sie zuerst in eine natürliche Exponentialfunktion umformen. Diese Umformung erfolgt mit Hilfe einer Formel, die ich hier oben abgebildet habe. Also, b hoch a ist gleich e hoch a mal ln b. Wenn wir das hier auf unser Term hier unten anwenden, dann können wir die Funktion so umschreiben, e hoch x mal ln 3. Wobei dieser ln 3 einfach nur eine Zahl ist. Deshalb können wir es vielleicht auch noch ein bisschen angenehmer gestalten und schreiben dann als e hoch ln 3 mal x. Jetzt sieht das so aus wie eine normale Exponentialfunktion. Gut, wenn wir das ableiten möchten, dann wenden wir natürlich die Regel, die wir bereits ein paar Mal angewandt haben. Und dann müssen wir natürlich die e-Funktion abschreiben. 3 mal x. Dann kommt mal die innere Ableitung. Also ln 3 mal x abgeleitet sind ln 3. Und dieser Faktor kann ich auch nach vorne ziehen. Und das Ganze nochmal als allgemeine Exponentialfunktion anschreiben. Das bedeutet, dieses e hoch ln 3 mal x ist ja natürlich 3 hoch x. Aus diesem Grund hätten wir ln 3 mal 3 hoch x. Also, im Prinzip, wenn wir uns ganz genau die Ableitung anschauen, dann merken wir nur eine Sache. Die Basis, die hier 3 war, wird einfach vorne in ln geschrieben. Das können wir auch verallgemeinern. für diejenigen von euch, die gerne eine Formel benutzen. Hier ist die passende Formel dazu. Also, a hoch x abgeleitet ist dann ln A mal a hoch x. So kann man sich das Ganze auch vereinfacht darstellen. Natürlich war jetzt diese Funktion eine sehr einfache Funktion. Deshalb steigern wir uns noch ein bisschen. Wir haben jetzt 2 mal 3 hoch 4 x. Unser erster Ziel ist natürlich wieder diese Funktion umzuschreiben. Also, die 2 vorne oder die Konstante vorne bleibt sozusagen erhalten. Und dann haben wir e hoch 4 x mal ln von 3 nach der Umformung. Das Ganze können wir wieder ein bisschen angenehmer darstellen. Und zwar 2 mal e hoch 4 mal ln 3 mal x. Wobei 4 ln 3 einfach eine Zahl ist. Das bedeutet, mit dem Kettenregel von vorher schreiben wir erstmal die komplette e-Funktion ab. 2 mal e hoch 4 mal ln von 3 mal x. Und dann kommt mal die innere Ableitung. Also, die innere Funktion ist diese 4 ln 3 mal x. Und die Ableitung davon ist natürlich nur 4 mal ln von 3. Und jetzt nur noch zusammenfassen. Da sind wir schon fertig. Also, 4 mal 2 sind 8 mal ln 3 mal e hoch 4 ln 3 mal x. Oder dieser Term hier ist natürlich nichts anderes als 3 hoch 4 x. Deshalb kann man das Ganze auch noch als 8 mal ln 3 mal 3 hoch 4 x darstellen. So, für diejenigen von euch, die auch an dieser Stelle gerne oder lieber eine Formel benutzen würden, So sieht die Formel aus. jede allgemeine Funktion des Typs c mal a hoch bx hat die Ableitung c mal b mal ln a mal a hoch bx. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Aufpassen, e muss nicht immer im Zusammenhang mit einer Exponentialfunktion auftauchen, sondern auch als Konstante. Wir haben das bei einer der Beispiele bereits gesehen. Dann allgemeine Exponentialfunktionen müssen immer zuerst in eine natürliche Exponentialfunktion umgeformt werden. Und erst dann kann man sie ableiten. Natürlich kann man die E-Funktion auch im Zusammenhang mit anderen Ableitungsregeln bringen, wie Produkt- oder Quotientenregeln. Dazu findet ihr auch noch weitere Tutorials in der gleichen Playlist. Und wenn ihr zu anderen Funktionstypen noch Tutorials sucht, zum Beispiel trigonometrische Funktionen oder ganz rationale Funktionen, gibt es auch noch genug Tutorials in der Playlist.